König Charles besitzt normalerweise eine beneidenswerte Auswahl an Schmuck und es scheint, als hätte er seine Sammlung erweitert. König Charles trägt seinen Schmuck häufig bei öffentlichen Anlässen und ist normalerweise an seinem goldenen Siegelring mit dem eingravierten Wappen des Prinzen von Wales zu sehen. Aber bei seinem jüngsten Besuch auf den Kanalinseln scheint seine Sammlung um ein neues Stück erweitert worden zu sein. Der 75-jährige Charles wurde mit etwas an seiner rechten Hand gesichtet, das wie ein Freundschaftsarmband aus einem gelben und weißen Faden aussieht. Er trug das Schmuckstück bei seinem Besuch auf Jersey am 15. Juli und heute auf Gorsi. Wenn er die Hände für seinen typischen königlichen Wink hebt oder seinen Verpflichtungen nachgeht, kann man einen Blick auf das Accessoire unter seinem Ärmel erhaschen. Bei Dem Band handelt es sich anscheinend um eine ähnliche Version der Armbänder, die seine Enkelin, Prinzessin Charlotte, trug, als sie am 14. Juli mit ihrer Mutter, der Prinzessin von Wales, Wimbledon besuchte. Charlotte trug ein marineblaues gepunktetes Kleid und eine rosafarbene Ray-Ban-Sonnenbrille und verschiedene Fädenarmbänder aus rosafarbenen, grünen und blauen Stoffen. Die Armbänder von Prinzessin Charlotte erregten in Wimbledon die Aufmerksamkeit der königlichen Fans, die in den sozialen Medien ihre süßen Accessoires kommentierten. Einer schrieb auf Plattform X, Prinzessin Charlotte ist wie ich. Ich trage auch viele Armbänder. An beiden Armen, LMAO, sie sieht bezaubernd aus. Ein anderer rief aus. Ich liebe Charlottes Freundschaftsarmbänder. Ein weiterer fragte sich, ob sie von der Sängerin Taylor Swift inspiriert wurden, die die Royals während ihrer Eras-Tour kennenlernten. Warum vermute ich, dass Prinzessin Charlotte ein Freundschaftsarmband von Taylor Swift trägt? Sagen Sie mir, warum ich falsch liege? Wir machen dich, wie sie mit seiner Erasmus-Tour, das LUCK Parametern hat einen Freundschaftsarmband von Taylor Swift trägt. Wie sie mit seiner Erasmus-Tourisf-Seite ist wie zu einem Herrsatzoutstücken, wie sie mit seiner Erasmus-Tour شollgeraten starts. Und wir machen dich, wenn wir nicht aus? Oder können wir eine Erasmus-Tour? Wir machen Diener. Wir machen uns Vierungen, wie sie mit ihrer Erasmus-Tour.